Dum 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Micro Flatworld. Folge, keine Ahnung, 4 oder 5, keine Ahnung. Ich hab... 4, oder? 4, ja doch, 4. Ich weiß es nicht, wir nehmen zu viele Folgen am Stück auf. Eben. So, äh, ich baue mein Haus weiter. Alter, ich hab so ein richtig kleines Haus, ey, das ist wie so nice. Okay, Lehmen. Kann man nicht Lehmen irgendwie verkaufen für die Smaragda? Junge, lass Leben. Ich brauch Leben. Brauchst du Leben? Ja, Leben brauch ich. Okay. Dann, äh, warte, hier. Hä? Ein Slime? Hä? Die Legenden sind wahr, sie spawnen also doch noch. Ja, Slime! Was, echt? Oha. Freuen wir uns jetzt darüber? Ich mein, warum brauchen wir Slime? Hä, LINE? Nein, der war funny. Hä, die spawnen eh wieder. Ich will ein Slime als Haustier haben. Oh, ja. Was sind die nicht aggressiv? Die sind so knuffig. Okay. Hä? Hast du das früher nicht gefeiert, dass ich so ein kleiner Slime einfach nicht angreifen konnte? Können die kleinen Slime dich nicht angreifen? Nö, die machen dir keinen Schaden. Magma Cubes können das. Ja, Magma Cubes können dir Schaden. Das ist diese Bilo-Version von den Slimes. Auf Wischbestätten. Da kamen Slimes raus. Ey, Slimes können keinen Schaden machen. Wir packen einfach mal drauf, dass Magma Cubes Schaden machen. Ja, hauen die mal in die Hölle und gucken, was passiert. Oh, scheiße. Slimes, Alter. Ich hab Slimes in Google eingegeben. Kommt einfach nur so, so, so. Wie heißt das, dieser? Was? Purple Dye Fluffy Slimeset. Okay. Es wird Nacht, willst du vielleicht schlafen gehen? Ja. Komm ran. Aber Monster sind in der Nähe. Möder egal, klopp die weg. Ah. Hast du hier Baumehl eingesetzt? Äh, Baumehl. Knochenmehl? Was? Baumehl? 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 Nein, hab ich nicht. Also... Ja, also... Ja, absolut. Ja, hab ich. Jetzt tut mir leid. Baumehl. Kannst du es nicht? Baumehl? Ja, ja, klar. Das wäre es für die Folge gewesen, würde ich sagen. Ja, das war jetzt nicht so die geilste Folge, aber muss es auch. Dann, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und, tschau! Tschüss.